Jo moin Leute, willkommen zum ersten Rennen in Oschers Leben der ADAC GT Masters. Saison 2022 mit den Predictions. Let's go! Rennen 1. Heute um 12.30 Uhr. Live auf Nitro im FreeTV und RTL Plus im PayTV. Das Rennen gewinnt Frank Pereira. Herzlichen Glückwunsch! Dahinter 2. Christopher Mies. Dann wird 3. und 4. Christian Engelhardt und Markus Winkelhock vor Joel Sturm. 6. Kim-Louis Schramm. 7. und 8. Luca Engstler und Patrick Niederhauser. So, das war's mit den Predictions vom ersten Rennen im Oschers Leben der ADAC GT Masters Saison 2022. So, wenn euch das wieder gefallen hat, lasst uns dann hier nach oben, da ist kein Abo, dann nehme ich die Glocke. Die nicht vergessen, sagt die Wien, dann verpasst ihr keine Benachrichtigungen auf diesem Channel. Und bis danach, good ways, ciao!